Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es weiter und zwar mit den Entwurfsmustern und mit dem Prototype Muster. Das Prototype Muster ist recht ähnlich wie unsere Factory Method eigentlich, nur dass wir uns hier eine Unterklasse eigentlich einsparen. Und ja, deswegen wird das Prototype Muster eigentlich auch ganz gerne verwendet. Eigentlich macht es auch was ähnliches wie die Factory Method, aber es gibt auch hiervon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also ihr könnt da selber mal irgendwie das Ganze anpassen, wenn es euch irgendwie nicht ganz so gefällt. Oder vielleicht kennt ihr auch eine andere Variante. Das kann auch durchaus sein. Vom Prototype gibt es sehr viele Varianten, denn man kann hier alles verändern, wie man das eigentlich gerade möchte. Und ja, was genau das Ding für ein Problem löst, ist eigentlich dasselbe wie bei der Factory Method auch. Und zwar, wie genau werden jetzt irgendwelche Klassen instanziiert oder auch selbst geklont. Also Klonen ist eigentlich der einzige richtige neue Punkt im Prototype Muster, aber man kann damit natürlich auch neue Sachen instanziieren. Denn ich habe nicht unbedingt hier bei meinem Produkt A oder bei meinem generellen Produkt hier bei meinem Produkt A immer genau die richtigen Parameter gesetzt. Und deswegen habe ich natürlich hier die Möglichkeit, über Klonen ein definitiv gleiches Objekt zu schaffen. Allerdings kein, Achtung, hier muss man natürlich zwischen Deep und Shallow Copy unterscheiden. Deep Copy bedeutet, man hat wirklich ein neues Objekt, das liegt separat im Speicher. Und wenn ich das Objekt verändere, dann habe ich auch wirklich nur dieses Objekt verändert. Aber das zweite Objekt verbleibt komplett gleich. Während bei einer Shallow Copy, das ist einfach nur eine Referenz auf das Originalobjekt. Sprich, ich habe eigentlich zweimal das Originalobjekt, aber zwei unterschiedliche Pointer auf dieses Objekt. Also quasi zwei Zeiger, die darauf zeigen. Wenn ich einen davon verändere, dann ändert sich das Originalobjekt auch. Und Klonen sollte hier immer eine Deep Copy erzeugen. Das heißt, jedes einzelne Element, also jedes, sagen wir mal, wir haben wieder eine MP3-Datei. Das heißt, wir haben hier irgendwie ein Integer Länge oder Dauer von mir aus, ein was weiß ich was, verschiedenste Sachen halt, Größe vielleicht noch. Und bei einer Deep Copy wird wirklich hier ein neues Produkt A erstellt. Und dieselben Werte werden wieder reingeschrieben. Während bei einer Shallow Copy wird einfach nur das Objekt quasi neu zurückgegeben. Also immer hier beim Klonen eine Deep Copy machen. Also alles, wirklich jeden einzelnen Member klonen. Okay, und ja, dadurch kann ich natürlich auch neue Objekte erstellen. Das ist alles kein Problem. Denn ich kann hier einfach sagen, okay, jetzt habe ich ein Produkt genauso, wie ich es haben möchte. Und ja, das brauche ich halt jetzt zweimal. Punkt, aus, fertig. Und plötzlich kann ich einfach diese Klon-Methode hier aufrufen. Muss nichts nochmal neu initialisieren. Sondern kann hier einfach Klonen aufrufen, wie wir es hier gemacht haben. Und dann habe ich ein neues Produkt A mit genau denselben Werten. Und dann kann ich die beiden auch unabhängig voneinander verändern. Klar, man hat hier natürlich auch noch mehrere Prototypes an sich. Das heißt, man kann hier von der Prototype-Klasse so oft erben, wie man möchte. Und man braucht, bevor man Klonen aufrufen kann, tatsächlich schon eine Instanz von diesem Ding hier. Das heißt, man braucht ein Produkt A als fertige Instanz, bevor wir das Ding klonen können. Ja, das sind die beiden Sachen, die man natürlich immer im Hinterkopf behalten muss. Aber an sich ein schönes Muster, das euch manchmal euer Leben sehr, sehr leicht machen kann. Okay, das war es von meiner Seite schon wieder. Und wir hören uns eigentlich schon wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.